So war es für eine super simple OP-Falle, die selbst Spieler mit Full Metal Ride und Protection tötet. Dafür braucht ihr einfach nur einen Baum mit einem 3-Block hohen Stammen, ein paar Rails und ein paar TNT Minecarts. Jetzt macht ihr hier oben ein paar Blätter weg und ersetzt den obersten Stamm zu der Rail und platziert dann so viele TNT Minecarts drauf, wie ihr wollt. Aber 5-10 Stück sollten locker reichen. Danach baut ihr das Ganze wieder zu und ihr seid fertig. Wenn euer Freund oder Feind jetzt diesen Baum abbauen will, der einfach rein zufällig von so einem Haus gespawnt ist, dann wird das wahrscheinlich nicht ganz so gut für ein Haus gehen. Und wenn du gerade jemanden mit dieser Falle getötet hast, dann schick ihm einfach das Video und sag, ich bin schuld.